Am Anfang stand die Entscheidung, ein Auto mit zwei Gesichtern zu entwickeln. Auf der einen Seite ein Racingfahrzeug, auf der anderen Seite ein Auto, das es sich unter allen Bedingungen fahren lässt. Es bietet Leistungen wie ein Rennwagen. Das Auto entwickelt 660 PS und beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 kmh. Die Höchstgeschwindigkeit von 335 kmh ist nichts Geringeres als sagenhafte Leistung. Vier bequeme Sitze und Allradantrieb. Drei Türen, dies sind die Grundelemente des Autos. Mit dem 4RM, einem Ferrari-Patent, führen wir als Erste ein System ein, das nur halb so viel wiegt wie ein traditionelles System. Mit seiner umfassenden Integration in das EDIF und die F1 Strike Control überwachte es fortlaufend den an jedem Rad verfügbaren Grip und verteilte das Drehmoment in echter Zeit auf die Räder. Vielen Dank. Vielen Dank.